Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen und möchte heute mal etwas sagen zum Betriebswirt IHK im Fernstudium. Denn das ist etwas, auf das viele Menschen, die über eine Fortbildung nachdenken, sehr schnell kommen, dass sie überlegen, ein Fernstudium zu machen. Und ich möchte mal ein Fragezeichen hinter machen. Einfach unter dem Gesichtspunkt, ist es sinnvoll, ein solches Fernstudium zu machen? Und nun ist es so, dass die Fernstudiumsanbieter sehr, sehr viel Werbung machen und deswegen ein großer Vorteil ist, ein solches Fernstudium ist bekannt. Ja, sehr viele Menschen kommen, wie ich gerade schon sagte, sehr schnell auf die Idee, so etwas zu tun. Aber es gibt hohe Abbrecherquoten. Die Zahl der Abbrecher ist nicht bekannt. Ich will hier auch gar nichts Falsches sagen oder irgendjemandem zu nahe treten, denn es gibt sicher auch tolle Ferndehrgänge und Leute, die das engagiert betreiben. Aber man munkelt, dass 95 Prozent einen Lehrgang eben nicht zu Ende bringen, sondern vorher abbrechen. Wie gesagt, die Zahl ist mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Aber sicher ist, dass sehr, sehr viele einen solchen Fernlehrgang abbrechen. Und das ist auch mein subjektives Empfinden. Ich bin seit vielen Jahren in diesem Markt und ich höre immer wieder von Menschen, die angefangen haben und abgebrochen haben. Und aus diesem Grunde möchte ich Ihnen einfach eine Alternative vorstellen. Und zwar möchte ich Ihnen vorstellen meine Seminare. Ich gebe mal ein Spaß Lern Denk. Das ist meine Internetseite, spaßlerndenk.de. Sie sehen hier Deutschland Schnelllern Spezialist. Und ich vermittle den Betriebs-IDAK in Präsenz-Seminaren. Und zwar schauen wir mal in 26 Tagen. Und das ist natürlich sehr, sehr schnell. Und das geht nur dann, wenn man über sehr viel Know-how verfügt, wie man Wissen eben sehr schnell vermitteln kann. Und das tue ich, beschäftige mich seit vielen Jahren. Seit 1994 bin ich in diesem Markt, beschäftige ich mich mit der Frage, wie man Lernen erleichtern kann den Teilnehmern. Es gibt diverse Lernhilfen im Seminar. Es gibt ein Lernkarteikartensystem. Es gibt MP3s zur Ergänzung und viele andere Hilfen. Und die Erfolgsquote ist sehr, sehr viel höher. Ich darf sagen, dass ich in meinen Lehrgängen so gut wie gar keine Kursabbrecher habe. Und das ist definitiv besser als in einem Fernlehrgang. Ja, das war's. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert.